Der Halb mit Schlamm und Zähkast entdeckt den Leichnam eines jungen Knaben, die liegt zu deinen Füßen. Seine toten, starren Hände umklammern einen Dolch, den Dolch nehmen. Die kleinen Hände des Knaben sind gleich ein Stab, du kannst ihn den Dolch trotzdem entreißen. Der zu groß und zu teuer aussieht, um ihm gehört zu haben. In dem Knopf wurde der Buchstabe B eingraviert. Ja. Ich habe Dariens Leichnam gefunden. Seine Seele zeigte mir, dass er eine Prostituierte in den Nähe des salzigen Mastes gegen zwei Schläger verteidigte, die ihn ermordeten und seinen Körper unter die Docks warfen. Oder er wird wissen wollen, was sich zugetragen hat. Natürlich kann ich auch mit Dariens Mörder ausfindig machen und zur Strecke bringen. Ich holbe einen Dolch auf, in dessen Knopf der Buchstabe B eingraviert wurde. Höchstwahrscheinlich gehörte er Dariens Mörder. Oder's Haus, Colfix Haus, verlassenes Haus. So, und wenn wir schon hier unten sind, erstmal einen Quicksave machen. Weil hier haben wir Animatoren. Den Animatoren sollten wir irgendwie loswerden. Na, was? Warum ist der Animat jetzt nur noch leicht verletzt? Okay, Itomak hat niedrige Gesundheit, aber... Hm, das hat jetzt nicht so viel geholfen. So, der ist da, wie man die Animatoren sieht, gefallen. Gut. Ich bin hier. Engvitanischer Schild. Sind aber verdammt schlecht, du. Ich bin glücklich. Aber hier ist schon mal Dorn eines engvitanischen Zepters. Der Rumpf dieses gestandenen Bootes ist mit Seepocken verkrustet. Irgendwas vermutlich die gezackten Adlerfinger haben tiefer in das Holz gekratzt. Wer auch immer versucht hat, durch diese Seelen durchzusegeln, muss entweder verzweifelt oder sehr unerfahren gewesen sein. Ich bin glücklich, als ein glücklicher Seen. Das ist... Strandgurt. Hm. Hier ist noch eine Kiste. Basis eines engvitanischen Zepters. Ja, weilianische Matrosin. Noch ein versunkener Schatz. Oh, Perlen und ein Haufen Goldtuch. So, dann laufen wir mal so zurück. Hier unten müssten, glaube ich, auch noch Automatons sein. Und man merkt, irgendwie den meisten Schaden haben... ...hat Dorens abgekriegt, mal wieder. Weil ihn die blöden Fäulen da direkt mit ihrem Blitzen angeblitzt haben. Also Regenfäulen ist ja da. Das heißt, wir machen erstmal diese Regenfäulen weg. Ja, was stärken das alle. So, jetzt sind es nur noch die Animaten. Ja, das war jetzt vielleicht so viel, das ist gut. So, das ist der Schaft. Ja, ich fand alle drei Stücke des Zepters. Ich habe ein Stück des zerbrochenen Reliquier gefunden. Anscheinend fehlen die anderen Teile noch. Ich habe zwei Stücke der zerbrochenen Reliquier gefunden. Sie scheinen zusammenzupassen, aber etwas anderes scheint noch zu fehlen. Ich habe das dritte Stück der zerbrochenen Reliquier gefunden. Und wenn ich diese drei Fragmete zusammenfüge, bilden sie ein Zepter. Ja. Kann ich das auch sehen? Ne, ich habe nur die Einzelteile. Ja, da ist es der Verbrecherdolch. Da ist ein B eingraviert. Naja, und ich habe auch noch die Bittergusssamen. So. Das heißt, wir könnten hier wieder hoch. Irgendwie sieht die Karte hier ein bisschen anders aus. Aber gut, lassen wir das mal. Vielleicht haben sie vergessen, die Karte zu ändern. Nachdem sie hier... Das alles angepasst haben. Ja, die... Mag nicht mit uns reden. Wo war der Typ jetzt eigentlich nochmal? Der war, glaube ich, hier direkt an den Docks. Ja, hier ist Immatel. Immatel fährt mit seinen schwägen Daumen über die Rune im Opal. Geht es hier um das zerbrochene Zepter? Ja, ich habe die drei Stücke. Er zieht eine gesträubte Augenbrause. Beides geht nach oben. Willst du damit sagen, dass du an diesen gepanzerten Monstern vorbeigekommen bist? Ich weiß nicht, wie... Er schüttelt seinen Köpfen. Hör mal, wenn du willst, werde ich dir dieses letzte Stück geben. Er hätte einen Opal hoch. Und den Namen des Käufers, der dir alles abnehmen wird. Dafür will ich nur 200 Punt, um die Fracht hierher zu bringen. Kommen wir ins Geschäft? 200 Kupferpunt, wir sind im Geschäft. Wie, du willst 200 Punt dafür, dass du den Rest der Besatzung im Frachtraum eingesperrt und das Schiff versenkt hast? Gib mir den Opal und... Gib mir diesen Opal und den Namen, sonst wirst du dir noch wünschen. Diese Rüstungen hätten ich erledigt. Ich bin gerade völlig pleite. Ich komme später. Nehmen wir mal die zwei. Schau mal, ich... Er reibt sich seinen Sonnenverbandes Genick. Wie wäre es mit 100? Ich versuche nur über die Runden zu kommen, bis ich neue Arbeit gefunden habe. Okay, in Ordnung. Er nimmt dein Geld und gibt dir den Opal, der von seinen Händen noch immer warm ist. Du solltest zu seiner Turm vom Parnheim gehen und dort nach Nanz suchen. Sie wird sicherlich mehr über dieses Artefakt wissen und ich weiß ganz genau, dass sie in unserer Besatzung schon andere Stücke abgekauft hat. Im Makl-Stadt aufs Meer hinaus brauchst du sonst noch etwas. Leb wohl. Ja. Drei Wohltätig sind wir schon. Das ist gut für unsere Gesinnung. Schlau, stoisch, rational. Diplomatisch sind wir alles mögliche schon. Also wir haben nur positive Sachen bis jetzt. So, jetzt gehen wir mal hinter den salzigen Mast. Schikanierender Verbrecher. Was haben wir denn da? Noch ein Tourist im Geschenk. Äh, er nickt seinen zwielichtigen Pferden zu. Lass sie uns gebürt willkommen heißen. Ich werde euch Geld geben, wenn ihr mich einfach in Ruhe lasst. Lass uns mal darüber reden. Er zieht seine geschärfte Klinge. Ich glaube, du begreifst hier das Wesentliche. Nicht Fräulein. Ja, schikanierende Verbrecher. Spiegelbilder brauchen wir nicht. Fleischverbrennen brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber Verboten können wir mal wirklich. Das hilft immer. Und sie ein bisschen blitzen. So. Rostiger Branche-Schlüssel. Die Salzge-Schlüssel sieht so aus, es sei ja nach Jahren in der salzigen Luft verrostet. Tagebuch hat sich aktualisiert. Aber was? Äh, nein, wahrscheinlich... Hier wurde von den Schlägern angegriffen, die die Bordellfreier belästigen. Falls misstheorie stimmt, sollte einer von ihnen Beweise für eine größere Verschwörung bei sich tragen. Einer der Schläger, die seinen Schlüssel befallen, der soll aussehen, dass es gehört zu einem Haus in Ondras Geschenk. Ja, aber nicht Odas Haus. Wir haben hier ein verlassenes Haus. Wir haben hier immer noch einen besoffenen Matrosen. Ja, hier unten gab es nichts. Also entweder das verlassene Haus hier, das verlassene Haus. Wer hat Interesse an einer einzigartigen Gelegenheit? Wieder ein Schiff verloren. Achso, du bist nur der Marktschreier. Ja, kann sein, dass ich aus Versehen das Schloss geknackt habe. Zu dem der Schlüssel gehört. Ja, hier waren nur Süchtige drin. Okay. 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 Als letztes werde ich mich dann um den Leuchtturm kümmern. Aber hier waren wir, glaube ich, auch schon drin. Yes. Das war, glaube ich, das Haus, wo wir die Gelehrte gefunden haben. Japp. Die immer noch hier rumsteht. Oh, aber hier ist ein Fass. Ach ja, mit Rastvorräten. Gut, Rastvorräte brauchen wir innerhalb der Stadt nicht. Das stimmt allerdings. Oh, bei diesem Haus hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Braggern und Verbrecher. Es steht mir nicht zu weniger, es steht mir nicht weniger zu hier zu stehen, als den Kerl, die dieses Ohrenhaus da gehen. Wenn es ihnen nicht passt, was ich zu sagen habe, dann können sie ja auch woanders hingehen. Zeig ihm den Dolch, den du bei Dering gefunden hast. Gehört das dir? Ja, der gehört mir. Und niemand passt meinen Dolch an und kommt mit dem Leben davon. Spar dir die Schwierigkeiten. Für ein bisschen Kleingeld kannst du dein Dolch und dein Leben behalten. Gut, hier nimm. Äh, das wollten wir nicht. Tagebuch wurde aktualisiert. Hm.